hallo grüß euch servus heute machen wir mit der fronthydraulik weiter ich habe endlich meine stahlplatten bekommen lange hat es jetzt gedauert in den ganzen zeiten momentan da dauern die lieferungen ewig vielleicht kennt der eine oder andere das ja nichtsdestotrotz ich habe es jetzt hier das ist die grundplatte hier kommt das steuergerät drauf so möchte ich das drauf bauen also auf der unterseite natürlich ich lege es jetzt bloß dahin und die halterung hinten die wird mit dem traktor verschraubt mit zwei schrauben das bild dazu wo ich es fest schraubt blende ich euch mal schnell ein ich habe jetzt ein traktor gerade woanders geparkt also ich kann jetzt nicht direkt rausgehen ich habe mir das ganze aber schon ausgemessen also das kommt dann da hinten drauf hier bohren wir zweimal durch wir bohren dann hier und hier die halterung durch da schneide ich mal unten ein gewinde rein hier wird es verschweißt eventuell hier noch eine kleine strebe dass das noch ein bisschen mehr stabilität bringt obwohl es ja eigentlich das ist ein zentimeter dicker stahl für das steuergerät ist stabil genug denke ich ja also das mache ich jetzt hier bohren hier bohren hier bohren hier bohren hier bohren festschweißen und dann schauen wir erst mal ob es passt so für das m8 gewinde nehme ich einen 6,8 mm bohrer das steht hier auf dem messschieber ungefähr hinten drauf was für größe messschieber also m8 gewinde steht hier drauf 6,65 mm ich habe jetzt ein 6,8 mm hier das passt auf jeden fall jetzt bohren jetzt bohre ich mir erst einmal die zwei löcher für die für das steuergerät ich habe hier schon gekörnt jetzt riechen wir doch lieber die holzplatte unter die kleinen bohrungen die gehen total schnell die gehen total easy das richtige bohr so zwei bohrungen für das steuergerät dann schneide ich jetzt hier im gewinde überall rein dann haben wir das schon mal ja warum mache ich mir jetzt die mühe und schneide da gewinde rein obwohl es theoretischer mutter auf der anderen seite auch tut später komme ich da einfach auf der seite nicht mehr so gut hin weil oben drüber ist die kabine und lieber mache ich mir jetzt die arbeit als später dann irgendwie schauen wie ich die schraube da befestigen kann unser gebinde ist ja verhältnismäßig schnell drin vor allem wenn es bloß zwei bohrungen sind so perfekt super gut zwei bohrungen drin gut zwei bohrungen drin gut ja ich 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 das steuer gerät hin ich ich er ich 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 kommt die kommt dann hier hin ich habe mir hier das schon markiert die bohrungen schon markiert und ein bisschen kürzen muss ich es noch ich habe ja beim traktor von der kabine vier schrauben ich mache das ganze aber nur zwei schrauben fest weil ich es hinter die platte setzte und nicht vor die platte und sonst passt man das ganze nicht so richtig hin also so mache ich es hin unten schneide ich mir jetzt hier noch ein bisschen ab bohrungen reinsetzen und dann kann ich das ganze hier verschweißen kennt man es meine markierungen zwei bohrungen und unten das ist die kante ungefähr ich lasse noch einen kleinen platz weil ich ja eine schweißnaht so eine schweißwulst habe lasse ich mir also noch ein bisschen platz nach unten so schneide ich das jetzt ganze hier ab und die zwei bohrungen die machen wir jetzt gleich muss erst mal schauen was das für schrauben größe ist das m 16 m 16 schrauben größe 24 nuss brauche ich da habe ich alles da 16 mm bohrer habe ich aber jetzt nicht hier ich habe ein neunzehnter oder stufenbräder ist ein bisschen blöd was ist das für einer 15 mm bohrer habe ich ja hier noch meine stufen bräder und da kann ich den dann auf 16 mm aufbohren bevor ich jetzt mit 19 mm reinbohren das mache ich lieber so und selbst da werde ich noch vorbeulen müssen also mit dem zu beginne das mache ich jetzt nicht dann bohr ich jetzt auch vor also dürfte so ein 8 mm bohrer sein mit dem bohr ich jetzt in etwa vor so dann nehmen wir unseren stufenbohrer ich habe hier zwei die von der größe hier passen einmal den großen einmal den großen hier einmal den großen und einmal so kleinen der passt jetzt von der größe nicht der geht bloß bis 12 mm die maße stehen hier drauf immer 12 mm der dagegen geht bis 20 mm erkenntnis und der hier dagegen geht bis 32 mm so was ist immer super praktisch einfach alle größen alle bohrgrößen der heimat zumindest aufbohren ist ideal mit dem ich habe es ja wie er jetzt mit 1 cm dicken stahl zurecht kommt werden wir jetzt gleich sehen da muss man natürlich jetzt von beiden seiten rein gehen und dann passt das beide seiten deshalb mit dem stufenbohrer hier glaube ich kann ich vielleicht 5 mm bohren ungefähr 5 mm pro stufe kann ich rein bohren ansonsten kommt er in die nächste stufe das wäre dann eben der 18 mm wäre zwar jetzt auch nicht schlimm perfekt so nächster schritt und ein bisschen kürzen die platte so die platte ist soweit gekürzt das passt jetzt kommt die da drauf geschweißt ungefähr so aber das mache ich erst morgen weiter ich mache jetzt erst einmal feierabend für euch heißt es trotzdem es geht gleich wieder weiter also nicht wundern gut das gleich gut neuer tag neues glück ich werde das ganze jetzt hier verschweißen später bauen wir mal kurz hin ob es passt anschließend werde ich es grundieren und lackieren wahrscheinlich wobei ich noch nicht weiß lackieren würde ich eigentlich muss ja nicht rot sein aber irgendwie die farbe kriegt es trotzdem dass es nicht rostet gut schweißen wir das schon gut angeheftet ist es jetzt werde ich es draußen mal schnell anbauen und testen und testen ob es geht ob es vom platz her alles passt ob ich noch irgendwo was abschneiden muss und ansonsten wird es danach verschweißt so ich muss jetzt noch halten weil ich es hinten nicht zuschraube also so kommt das ganze hin Platz ist von allen seiten genug hier wenn ich es gescheit verschweißt habe könnte ich es sogar als drittwerk noch nutzen gut dann verschweiße ich das ganze jetzt passend tut es wie wir gesehen haben so sieht das ganze jetzt grundiert aus habe es jetzt von allen seiten mit dem zink spray grundiert das zink spray nochmal verlinke ich euch in der video beschreibung zumindest ein ähnliches das was ich habe es ist nichts anders sind alle irgendwie gleich als Lack habe ich jetzt den hier nehme ich jetzt den Lack hier Farbton Marcel Ferguson Grau ab 82 ja ich habe die Dose jetzt gerade aufgemacht also aktuell sehe ich da nichts von Grau jetzt rühre ich mal um also Grau ist das jetzt für mich nicht der Farbton scheint dann wohl eher so ein dunkles Grau zu sein ja ich lasse das ganze jetzt einmal trocknen aber mit meinem Farbton vom Traktor hat diese Farbe hier nichts zu tun ist jetzt nicht schlimm das ist ja bloß so eine Anbauplatte die jetzt muss ja jetzt nicht dieselbe Farbe haben das ist jetzt nicht tragisch ich wollte es eigentlich oder habe es eigentlich ursprünglich gekauft um am Traktor etwas auszubessern aber jetzt habe ich gleich gesehen eben dass es überhaupt nichts bringt vom Farbton her so das hat jetzt ungefähr zwei Tage jede Seite getrocknet ich habe es einmal von der Seite streichen müssen doch noch nicht getrocknet einmal von der anderen Seite ja das sind diese Kanten hier die wo es immer drauf liegt der trocknet schwerer ist egal dann habe ich halt jetzt eine schwarze Hand das macht jetzt nichts ja ihr seht sie schon die Farbe die ich gewählt habe die Ferguson Grau die trifft überhaupt nicht die Farbe von meinem Traktor ich blende euch dazu mal das Bild jetzt ein und ja mein Traktor ist Baujahr 84 ich habe leider im Internet keine Farbtabelle gehabt das heißt ich habe diese Farbe bestellt anhand der anhand vom Baujahr und Grau also Grauton ja passt nicht entweder liegt es daran da ja der Landini da das ja also der Masse Ferguson ist ja ursprünglich also oder ist nicht ursprünglich der Masse Ferguson Traktor ist baugleich mit dem Landini und der kommt ja meiner kommt ja aus dem Landini Werk vielleicht sind da andere Farben einfach zu dem Zeitpunkt noch gebaut worden ich habe mir jetzt eine Farbtabelle besorgt die ja wenn der da ist dann schauen wir mal dass ich die passende Farbtabelle finde und auch dann auch die passende Farbe ich werde jetzt trotzdem in der Farbe schwarz lassen mit Grau hat das meiner Meinung nach nichts zu tun also das ist ein so dunkles Grau das erkenne ich als schwarz also jetzt halte ich euch mal wirklich ganz nah hin das ist ihr erkennt das ist für mich kein Grau ich weiß es nicht welche Masse Ferguson dieses Grau haben dieses schwarz hier haben aber ich kenne jetzt keinen ich weiß es ehrlich gesagt nicht vielleicht haben die neueren so einen schwarz eigentlich könnte ich mal schauen welche kürzere Schrauben habe oder sie gleich kürzen das ist Größe M8 aber ich glaube für M8 habe ich zumindest hier habe ich noch welche passend die sind kürzer dann nehme ich kürzere die sollten von der Länge her besser passen gut wir haben hier drei Anschlüsse Anschluss P ich weiß nicht ob man es jetzt erkennen wird man es jetzt nicht hier ist der Anschluss P dann gibt es hier T und N P steht für Pumpe hier kommt die Pumpe drauf T steht für Tank da kommt dann hier hier oder auf der Seite das kann ich mir aussuchen ich drehe mal das Moment da ist jetzt der Bautenzugeweg jetzt müsste man es erkennen also hier habe ich den Tank entweder hier oder hier und N ist die Druckweiterführung sprich die Druckweiterführung kommt hier rein da habe ich nur die eine Möglichkeit den einzubauen und zwar kommt die so rein das schraube ich raus so kommt es rein hier habe ich zwei Möglichkeiten da kann ich mir dann die Seite aussuchen oder hier oben und hier eben kann ich mir hier gibt es auch die Seite und oben hier gibt es auch zwei Möglichkeiten das anzuschließen ja das machen wir jetzt dass wir die Druckweiterführung anschließen und dann können wir das ganze im Traktor einbauen Inbusschlüssel brauche ich hier die Größe 10 also schon ein riesen Teil und aufgehen tut es auch nicht Schauen wir mal schauen wir mal wie ich abschütze ein bisschen ok da braucht man schon ein bisschen Kraft hier dafür also Blindverschraubung hier ist bei der Blindverschraubung auch noch eine Dichtung drauf die nicht verlieren dann drauf achten hier ist ein Dichtring drauf fokussieren hier ist ein Dichtring drauf und hier unten ist eine Dichtung drauf ordentlich fest die anderen Anschlüsse die hier in 3 Achtel Zoll und die hier in einem Halb Zoll beziehungsweise vielleicht gehe ich auch hier von der Seite weg das überlege ich mir noch wenn es eingebaut ist die fehlen mir noch da habe ich noch nichts dafür die kaufe ich erst die kaufe ich deswegen noch nicht weil ich keine Rohre biege sondern Schläuche verlege ich habe mir das jetzt lange überlegt machst du Rohre machst Schläuche Rohre haben halt den Vorteil sie sind dünner brauchen nicht zu viel Platz ich möchte aber dennoch Schläuche hin machen erstens habe ich kein Rohrbiegegerät so ein Rohrbiegegerät kostet mich ein Hunderter sagen wir mal na klar das ist ein Gerät das man dann ewig hat oder wieder verkaufen könnte wahrscheinlich ich habe keinen ich kenne keinen wo ich es mir leihen könnte also ich werde es einfach mit Schläuchen machen ja das kann jeder selber überlegen wie er will also ich favorisiere jetzt einfach die Schläuche oder die Schlauchvariante statt Rohr wir bauen das ganze jetzt draußen ein schauen wir mal ob das alles so passt ob es hin passt bauen die Bautenzüge gleich also schließen die Bautenzüge gleich komplett an hier kommt es ja hin Schrauben habe ich alles dabei den her lasse ich dran das ist jetzt wurscht ja ich hoffe man erkennt es einigermaßen so ist jetzt das Steuergerät dran man muss jetzt dazu sagen weil das gerade so schwer ausgeschaut hat diese Platte hier mit dem Steuergerät also ich 20-30 Kilo wiegt das Teil schon nur diese Platte mit dem Steuergerät 20-30 Kilo vermute ich jetzt mal also Leichtgewicht ist es nicht dann habe ich hier noch eine Lieferung hier habe ich nämlich die Halteplatten für die Schnellkuppler bestellt das sind diese Schnellkuppler so sind die verpackt da braucht man auch eine ganze Menge dann sind hier diese Sprengringe dabei hier haben wir noch so Schutzkarten in verschiedenen Farben hier haben wir noch die andere Platte also ich habe zwei Haltebleche das eine kommt auf der rechten Seite vom Traktor hin und das andere auf der linken Seite rechte Seite kommen die Anschlüsse für die Hydraulikzylinder rein linke Seite kommt Hydraulikzylinder vom Frontkraftheber und Hydraulikmotor rein sprich einmal hier hin und das kleinere das zweier hier hin hier und hier das sind dann meine Anschlüsse hier sehe ich gerade wird das Ganze dann später ein bisschen eng aber ja da müssen wir mal schauen was dann hier für ein Winkel herkommt da müssen wir einen kleinen Winkel wählen der dann hier drauf passt weil viel Platz haben wir hier nicht ansonsten müssen wir ein bisschen das Rohr nach hinten biegen oder alternativ was geht noch das Steuergerät weiter nach unten setzen gut wie schließen wir jetzt den Bautenzug am Steuergerät an die Mutter kommt drauf die große die drehen wir komplett bis ganz durch und schieben es nach hinten weg dann kommt dieses Teil hier drauf wie die ganzen Teile die ganzen Einzelteile hier heißen weiß ich nicht ähm spielt jetzt auch keine Rolle ich zeig es euch ja es hat sicherlich äußeren Namen so schieben wir nach hinten durch dann kommt dieses Teil hier drauf hier habe ich einen Bolzen den Bolzen der kommt raus also hier ist ein Bolzen normalerweise drin den Bolzen raus den brauchen wir später die Mutter die lassen wir drauf jetzt kommt jetzt kommt das hier drauf muss jetzt gar nicht mal so fest sein dabei weil wir müssen es ja noch einstellen und jetzt gehen wir zum Steuergerät also wir schieben das jetzt hier drauf der Bolzen der passt nur auf einer Seite drauf also schieben wir den jetzt ich tue ihn jetzt von oben rein so hier tue ich mit einem Zehner die Mutter festschrauben mit einem Zehner Gabelschlüssel dann schrauben wir das hier drauf dann kommen diese Schrauben hier rein da oben ist noch eine die schrauben wir auch rein und jetzt sollte das Ganze normalerweise so passen dass wir es schalten können ja es ist jetzt fest der Rest ist Einstellungssache ob der Hebel oben mittig ist und das Ganze das schauen wir dann später der Hebel ist jetzt aktuell so also normal gehört er mittig also nach unten nach oben geht er jetzt gar nicht zum Schalten das heißt hier ist noch Einstellungssache gefragt und das machen wir jetzt schnell man muss sie nur so weit lösen dass ich hier dass ich hier das nach hinten drehen kann also das ist die Einstellerei es gibt zwei Möglichkeiten zum Verstellen die eine ist hier in dem Fall muss ich aber glaube ich so rum rein mit der Mutter wird es am Schluss dann wenn es eingestellt ist bloß hier noch gekontert dass es sich nicht verstellen kann aber im Endeffekt ist das die Einstellung die man vornimmt also das einfach das hier drehen indem man hier ein bisschen aufschraubt die Schrauben und dann hier einstellt und wenn der oben jetzt mittig ist und sich passend schalten lässt dann passt das genau dasselbe machen wir dann später auch mit den Joysticks also mehr Einstellerei gibt es hier nicht schaut schon viel besser aus hier ist die Mittelstellung und so ist es runter es wäre es noch schön wenn wir die Mittelstellung ein bisschen weiter runter kriegen hier oben geht es jetzt runter hier oben geht es jetzt runter aber hier unten gibt es dann auch einen Endbereich da müssen wir bloß schauen hier gibt es nämlich auch einen Endbereich von der Einstellung und der ist nämlich so lang also ich kann hier ein bisschen spicken ich habe ja hier noch eins also recht viel weiter dürfen wir nicht mehr so mehr geht fast nicht jetzt schauen wir das hier wieder drauf perfekt ist nicht ganz hundertprozentig gerade oder? naja das heißt ich meine das sollte passen jetzt haben wir es einigermaßen eingestellt als nächstes sind die Joysticks dran so dann haben wir dieses Teil hier und schrauben das auch gleich fest wenn es dran ist dann tun wir den Bolzen hier raus schauen in welche Richtung der raus geht dann tun wir den Bolzen durch wunderbar ziehen die Gegenmutter fest im schlimmsten Fall halten wir hier nochmal dagegen wenn es nicht anders geht fest soll es schon sein hier nochmal ein bisschen dagegen halten dann geht das schon Hülse drüber die Einstellhülse das könnte ein guter Name sein Einstellhülse vielleicht heißt es ja wirklich so so der Joystick ist jetzt der ist kaputt der andere ist angeschlossen also der Joystick ist jetzt angeschlossen wir haben hier links und rechts und vor und zurück und vor und zurück dass es ein bisschen streng geht ist normal das macht aber auch nichts hier haben wir den anderen Joystick der hat noch keine Bautenzüge drin und den schließen wir jetzt an hier kommen die Bautenzüge hoch hier haben wir die Sperre ich hoffe man erkennt jetzt das alles so ist gesperrt im Prinzip macht er hier bloß so rüber so einen Hebel rüber dass die Bautenzüge sich nicht bewegen können jetzt ist offen jetzt tun wir die Bautenzüge natürlich muss ich erst hier durch dann können wir hier die Bautenzüge rein tun den zweiten Bautenzüge auch der zweite kommt hier rein jetzt sperre ich das Ganze mal dass man nicht abhaut na bis man es sperren kann so jetzt habe ich hier dieses Teil das gehört raus da ist unten auch eine Inbusschlüssel Schraube drin aber eine größere glaube ich also dann schrauben wir das hier raus unten kommt dann die Schraube mehr ist das nicht dann tun wir mal den Faltenbalk weg dann hängen wir die zwei Bautenzüge ein die werden einfach bloß hier hier eingerastet oder eingehängt bis drin sind der auch wenn einer wir können dann nochmal hier lösen können einen hoch tun und können dann einhängen das ist kein Problem jetzt heben wir das hoch tun den dritten hier einhängen und drücken wir das Ganze wieder runter der gehört hier der gehört leicht gedreht nochmal und von unten wieder festgeschraubt so um die Joysticks Bautenzüge jetzt zu befestigen schauen wir mal ob man sieht einigermaßen hier müssen wir rein und da müssen wir jetzt nur diese eine Nut suchen so ungefähr leider noch raus so und jetzt könnten wir hier die Bautenzüge die Maden und jetzt machen wir hier die Madenschraube rein hier hier sieht man nochmal die Nut für die Madenschraube also sprich hier rein die Nut suchen nichts fallen lassen wie ich so dann kann man ein Joystick rein tun beziehungsweise beziehungsweise tun wir mal kurz raus tun wir den Faltenbalg rum so Faltenbalg rum Joystick rein jetzt kann man fest schrauben und den haben wir auch schon links und rechts angeschlossen vorne und hinten fehlt noch das machen wir jetzt noch schnell und dann haben wir eigentlich alles angeschlossen hier was sein muss ja ich bin jetzt erst einmal fertig hier für heute die Joysticks sind angeschlossen eingebaut das Steuergerät ist angebaut und soweit mit den Bautenzügen angeschlossen für mich heißt es jetzt erst nochmal Teile bestellen das heißt ich muss die Schläuche bestellen die ganzen Verschraubungen die ganzen Adapter und so weiter das dauert ein bisschen vor allem bis das ganze Zeug jetzt kommt jetzt zeige ich euch nochmal schnell alles von heute hier habe ich jetzt die Joysticks sie sind jetzt angeschlossen wenn ich jetzt hier vorgehe das gefällt mir jetzt sehr gut wirklich ich zeige es euch mal jetzt ist der maximale Ausschlag nach vorne ich berühre nicht einmal mit der Hand den anderen Joystick auch nach hinten ich habe genug Platz hier und er geht wirklich ja butterweich möchte ich jetzt nicht sagen ich meine ich habe hier ein Steuergerät dran ich habe hier einen Bautenzug es geht aber sehr leicht also die Wege sind gut verlegt auch nach hinten ich kann hier schön das anfassen den Joystick kann nach hinten den bewegen nach vorne es stört jetzt auch nicht weil den ihr seht schon also ich habe hier wenn ich meinen Arm so drauf halte so halte ich es jetzt bequem drauf ich berühre teilweise nicht mal den anderen Joystick und es schadet jetzt nichts wenn ich sogar meinen Arm hier ablegen würde also ich bräuchte es jetzt nicht mal höhenversetzt oder so das passt schon so hier der Hebel auch der geht jetzt der ist auch angeschlossen hier ist die Verlegung jetzt der Bautenzügel den Hebel kann ich übrigens noch betätigen sollte ich ihn mal brauchen ich könnte mir aber auch einfach kürzen dann hätte ich das Problem auch nicht mehr man kann den einfach abschneiden nochmal neu anschweißen dann wäre das auch kein Problem also die Bautenzügel sind verlegt hier sind natürlich jetzt die Schrauben drin ja die Dinger muss ich noch hin machen ja zum Steuergerät am Steuergerät selber schaut das ganze jetzt so aus hier sind diese Bautenzüge 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 also hier muss man echt darauf achten dass die genügend ja wie sagt man dass man keine zu engen Kurven nimmt also so wie ich es jetzt verlegt habe so ist das ganze jetzt in Ordnung ich könnte jetzt sogar noch her gehen und könnte vielleicht sogar wenn ich mit dem hinteren Anschluss nicht ankommen dem was ich euch da gezeigt habe mit dem da hinten wenn ich hier nicht zurecht komme dann könnte ich jetzt sogar noch her gehen und könnte das Steuergerät einfach so leicht neigen das heißt ich lege da hinten einfach eine Adapterplatte unter so in der Art neigt das ganze ein bisschen das würde den Bautenzügen jetzt überhaupt nicht stören also die Bautenzüge jetzt überhaupt nicht stören wenn das ganze geneigt ist Bodenfreiheit zum Thema ja das Thema Bodenfreiheit also wie ihr seht ist da hinten bei mir das Differentialgetriebe das ist das hier von Haus aus nimmt das bei mir schon viel Bodenfreiheit weg und ich komme mit den Bautenzügen nicht drunter also das ich halte das alles komplett ein auch nicht unter die Stufe also ich komme auch nicht unter die Stufe das heißt das sollte alles soweit passen dass hier keine Bodenberührung stattfindet und selbst wenn die sind flexibel das hier nicht gut die Farbe habe ich euch schon gesagt ähm das ist der Grauton Marcel Ferguson Grau das ist kein Grau das ist für mich schwarz da habe ich ja schon gesagt da habe ich das äh die Farbtabelle bestellt die ist momentan nicht lieferbar ich habe keine Ahnung wann die lieferbar ist und wenn es kommt wenn sie da ist dann schauen wir da mal genau nach was für ein Farbton wir da haben und dann schauen wir da mal weiter aktuell aktuell gefällt es mir gut ist jetzt echt gut angebaut ja im nächsten Schritt geht es weiter hier die Anschlüsse mit den passenden Schläuchen also sprich hier sind es sechs Schläuche und auf der anderen Seite vier Schläuche ja gut das war es erst einmal für den Teil ich danke euch fürs Zuschauen und macht es es gut dann bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal